hallo und herzlich willkommen zurück hierzu let's play youtubers live und wir gehen erstmal den pc reparieren wo sich zwei leute nicht einigen können wer dahin geht aber da der kaputt ist es ist ja nicht schwer dass die leite dann doch weggegangen sind so ich würde es gern bewerben wir haben erst 5 der juli ich kann noch geld sammeln ja eine präsentation von so einem video spiel ich würde sagen wir schicken die leute jetzt erst mal videos aufnehmen wir haben ja jetzt eine menge spiele level robot planet of the sword dann nimmst du mal ein game play dazu auf und zwar an arbeitsplatz zwei und auch ein video auf und zwar nimmst du das robot oder diesel ich weiß gar nicht wie man das ausspricht ist auch egal du gehst an arbeitsplatz drei so genau so dann gehen wir mal zum connor er nimmt auch ein video auf wir können jetzt ja eigentlich richtig entspannt spielen wir nehmen es für nintendo ziehe das hier und du gehst dafür an den arbeitsplatz 1 weil das direkt neben dem fernseher steht so und wir sind hier unten und gehen erst mal schlafen mein bett sieht auch immer so zerknittert aus ohne scheiße wir müssen ja den kleidungs laden noch leer kaufen und danach essen wir in salat wir sind mal ein bisschen gesünder ich lebe jetzt ja auch ein bisschen gesünder noch bin ich nicht super mega begeistert davon aber es ist schon mal cool was haben wir denn hier wir haben hier zumindest ein bisschen geld verdient hier schon mal etwas so ich würde sagen wir jetzt kaputt egal wir gehen an arbeitsplatz 4 und nehmen auch ein video auf die firma jetzt hier abgehakt mystical squirrel stoic shark legacy of night das interessiert die leute hier aber schon gar nicht mehr wir haben es gekauft wir machen dazu jetzt auch im geld dort arbeitsplatz vier genau so ist das richtig jetzt sind alle an der arbeit ich starte die aufnahme ich würde gerne mein eigenes netzwerk gründen schade dass man das nicht tut ich habe nämlich für die aufnahme heute zwei aufnehmen und habe dann irgendwie vier aufgenommen zwar nicht so geplant aber es ist halt so passiert und dann habe ich mir noch ein energie dazu gegönnt weil ich in einer stunde dann ja meinen fasten beginne das seht ihr am donnerstag auf meinem das zur live kanal und da werde ich glaube jetzt nicht dass ihr so viele leute zugucken dass die jetzt voll sowas passen und dass meine kommentare dazu gespandt werden deswegen tippe ich mal dass von mittwoch auf donnerstag die leute noch warten können wir machen natürlich ein fachliches kommentar lang ist das hier auch ein bisschen eintönig aber egal wir gucken erst mal dass wir noch ein bisschen videos hochladen ich würde gerne diese ganzen spiele konsolen und so die noch raus kommen das würde ich gerne noch mal mitmachen so es bringt alles nichts alles bringt nichts hier herzlichen glückwunsch schluss deinen ruf bei der verbessert ja nichts gemacht aber ich hatte nicht so dann kriegen wir jetzt erst mal vorgehalten dass alle hier auf 100 sind nur wir nicht so wie immer also neuer rekord ich höre dieses knistern dass irgendwas kaputt ist aber ich kann es nicht ausfindig machen so und dann von ihm das laden wir jetzt auch hoch in brett racing diesel gameplay jetzt läuft hier richtig bei uns ne begeistert ja die leute sind begeistert von uns das mit diesem netzwerk das ist einfach eine katastrophe irgendwie ich weiß auch nicht eigentlich können wir den hier noch gebrauchen oder ja auf jeden fall brauchen wir erst mal so sowas hier das ist schon ein bisschen heftig hier ne wir könnten mal ein besseres schneiden wow 5016 wir haben den rekord geknackt leute ja das mit unseren nicht so geilen fähigkeiten dann bewerten wir das auch mal und das bewerten wir auch mal weiter sagen kann man das ja 17.600 die leute sind echt teuer ne vor allem connor hier wo gehe ich denn hin ach ja auf ein event ne kein problem wir stellen das noch mal schnell ein so für sie für sie sie hatten wir darauf angesetzt ist ein arbeitsplatz zwei wir schaffen wir nicht mehr okay ja aber ich weiß nicht ob wir das jetzt auch so offscreen quasi fertig machen jetzt haben wir diese super geile präsentation und unreal dual menschen willkommen auf dieser unglaublichen präsentation meine freunde ich habe immer diese brille auf damit ich hier die ganzen hässlichen gestalten hier nicht sehen muss ich gucke nämlich immer ich gucke nämlich immer so dass diese streifen genau vor also bei den gesichtern sind damit ich hier die leute also die fressen nicht sehe die hier vor mir sitzen und dann kann ich es ertragen hier auch diese präsentation zu halten so das sagt zwar jetzt nichts über das spiel aus ich erzähle euch nur dass am 19 juli rauskommt und so und so viel geld kostet und seid einfach geil und kauft das und ja gut dann gehe ich jetzt halt ich hasse diese präsentation ich finde das so sinnlos aber ja gaming habgierig nein ich will nichts habgieriges leben aber hier lara musik die musik jeremia war kochen helen gaming habgierig esser find mal jemanden den man hier so rylant ihn wir gebrauchen können gaming superstar du bist ein meister der videos und dein einziges ziel ist es mehr und mehr zu machen jeder like und abonnent zählt wir könnten uns anderes klar starten klar start start klar machen ich mache mir die leute klar start nicht start klar aber sonst gibt es nämlich glaube ich niemanden den wir einen start klar machen können maximilian ist ein koch er sieht auch so aus wir reden mit mohammed und fragen ihm nach dem spiel die da hinten sieht auch nett aus maria ist ein party so anderes habe ich mag ich also gebe ich dir das spiel sagt es aber niemandem ok ja entschuldigung über geld er ist ja hartnäherig ne kannst du dir vorstellen in einem anwesenden all zu wohnen ja das tue ich in der tat tue ich das so wir reden einfach noch mal mit ihm über geld und wir reden noch mal mit ihm also wir kriegen bei denen ja richtig mit ne guckt euch das mal an über videoschule reden wir auch geld allein soll nicht glücklich machen ich muss gestehen ich heule auch lieber in einer schönen wohnung und in einer schönen badewanne als in einer gammel wohnung wie dieser ist ja habgierig es kursiert das gerücht dass wir eine dass wir auf einer jacht feiern können ich hoffe das stimmt ja das stimmt sogar da ich der beste jutz ja ich bin der beste youtuber aller zeiten mein freund ich stehe auf platz 1 so über geld über leute reden über rühmen er möchte ja bestimmt berühmt sein aber echt keine ahnung aber jachten sind was für glamouröse personen leute aus der modewelt nicht wahr das kann sein wobei wir jetzt ja gerade ja mal die links karriere durch haben die videospiel karriere und die anderen müssten wir auch noch mal über videospiele reden kann es kaum erwarten die neue honey konsole zu sehen ja ich mach dir mal den typen klar du hast echo friendly dating noch nicht gespielt du mein freund ich muss hier bestellig meinen mitarbeiter sagen was sie tun sollen ja ich habe cyberduck in letzter zeit gar nicht mehr gespielt über geld reagieren da guckt man ja gut bei ihm an warum steht er denn jetzt da hinten nope manic fantasy war ein totaler flop gaming superstar wir reden weiter über geld wir können ihm ein geschenk bei mir ist er noch nie vorbeigekommen aber sollte er das je tun werde ich ihm eine abgabung verpassen an mein computer darf kein abgab wenn bei mir ein typ in engen klamotten stoff durchs fenster steigt ich würde ihn auch umklatschen also erstmal würde ich fragen wie er das gemacht hat hier sechs stockwerke nach oben zu klettern ja mit seinem hässlichen outfit ich habe genug geld um einen anwesen im alt zu kaufen aber ich weiß nicht wie das geht weißt du jetzt du würdest es mir doch sagen ja ehrlich gesagt würde ich dir sagen erwähne bloß nicht diesen typen grün er ist durch mein fenster gesprungen hat mich erschreckt wenn dieser typ dann an meinen computer gehen würde und wir flirten mit dem typen mit rosa haaren jetzt ist dieser hässliche typ hier lucius oder lucius ich habe echt keine ahnung die play studierst 2 ist ohne zweifel die beste konsole ja 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 über youtube kannst du dir vorstellen ja ja immer noch zu flirten geschenken können wir uns eigentlich auch richtig an ihn ran machen dass wir ihn nicht mehr interessieren was sagt er denn zum flirten wir zwinkern ihm zu den guten und er lacht sich dabei tot also wenn ich ein date habe oder jemanden kennen lerne den ich nett finde jetzt mal davon abgesehen dass er hässlich aussieht und er würde die ganze zeit so gestört lachen ich weiß ja nicht jetzt guckt uns der typ dabei zu wie wir mit ihm flirten ja die dinge sind wirklich etwas teuer das stimmt allerdings wir können ihn umarmen mit so einer lara will ich nicht reden ich will ihn klar machen über ausgehen reden nochmal umarmen du weißt nicht wer ich bin das ist ja tragisch was wir reden die ganze zeit mit dir um dich stark klar zu machen oh oh willst du einfach mit mir ausgehen ist es noch nicht etwas zu früh dafür lernen wir uns doch erstmal kennen ja entschuldigung übergebt nach einem date fragen mitarbeiter endlich das problem ist das problem ist nur dass connor halt echt teuer wird langsam mitarbeiter jetzt müssen wir das nochmal hoch bringen über geld reden ja das stimmt aber wenn man seine miete nicht mehr bezahlen kann warum weint er denn jetzt warum weint er denn jetzt warum weint er denn jetzt wenn du dich nicht um deine freundschaften kümmerst wirst du niemals jemanden finden mit dem du zusammen arbeit kannst noch viel unwahrscheinlicher einbezogen über geld reden über geld reden über die presse posieren die sind alle super drauf so wir stellen uns jetzt auch mal in diese beiden komischen leute rein und dann gehen wir nach hause bei manchen geht man da in den kinoseelen und bei manchen vorstellungen geht man da nach hause ich finde das sehr geil gemacht jetzt haben wir nämlich schon mehr leute dann haben wir einmal emilia die ein video aufnehmen darf ist ja schon wieder alles ja dann darfst du ein gameplay aufnehmen und zwar nimmst du mal arbeitsplatz 3 ok du musst auch ein video aufnehmen unser neuer mitarbeiter du darfst das hier mal nehmen Juli 10 du machst davon ein preview und darfst das an arbeitsplatz 1 bearbeiten ja so und Connor hier ist das kaputt alles klar ok wir gehen schon mal hin wo ist ein Conner ok ok reparieren oh das kann ich nebenbei machen das ist gut standard pc machen wir dann beizeiten mal wo ist Conner denn jetzt so der darf auch ein video aufnehmen die hat glaube ich das racing ding gemacht ne ich glaube schon er muss jetzt ja erstmal da aufnehmen ok da ist besetzt da ist auch besetzt dann gehen wir an arbeitsplatz 4 dann das geht auch so wir haben es repariert dann gehen wir jetzt mal schlafen und gönnen uns dann mal einen richtigen hamburger hier also das wird geil so können wir denn jetzt wieder einem kacken netzwerk beitreten das ist ja echt nervig hier white bands beitreten oh bin ich jetzt beigetreten ja ne ok wir brauchen eine party ne das ist glaube ich eine exklusive einladung und zwei solche dinger ja just her gameplay gaming 41 einkommen 34.000 im monat ja ich verdiene gut ich verdiene gut aber erstmal sage ich vielen dank fürs zuschauen ihr könnt gerne was in die kommentare schreiben und damit ciao und bis zum nächsten part tap keller ab 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 ab